so weiter geht's gewählt ist wieder da vom ersten ich habe es eine Behinderung ich habe eingeschlafen Fuß aber okay Prozent wir spielen weiter raus noch was gut ich habe natürlich die Pause auch Prozent doch bis dann weiter genutzt hat man meinen Tag uns aufgeräumt muss man ja nicht alles während des Let's Plays machen dann hauen wir mal wieder hier alles drauf was wir haben auch wieder Ding seid ihr hier Zauberer dann kommen wir ja Zauberer verdammt ich balle jetzt noch Bilddruck gerade aber sieht doch noch gut aus oder? ja bin ich gerade ich bin leicht level up du auch oder? ne da ist einer durch die die kommt gerade bei dir durch michi ja dann töte sie ich komme gerade bei dir auf weil das das sind Blitzteile ne? die kommen überall durch komischerweise bei dir also du musst dann noch irgendwas bauen was auch Blitz angreift ja bei dir sind noch welche bei mir sind noch welche bei mir ist was grünes ich bin erst bei level up ich bin erst mal ich bin erst mal wieder mal wieder ich bin erst mal es das ist er hat sich auch gebraucht aber es sei klar genau auch ist es doch e-git irgendetwas das war falsch ich brauche jetzt habe ich auch mal drei kristen das hat über drei kristen haben das ist das hier ich hier was ich hier auch möchte also die Gürtel Schauspiel jetzt siehst du das wo es bloß besitzt sich das sind der Zettel auch hier Jürgen die Gürtel Schauspiel welche richtung hier ist der Puppe so dass sie wird dazu bringt da werden wir direkt auf ist geizig übrigens du musst bei dir noch was bauter sonst kommt die teile durch was muss ich dann brauchen sie etwas was gibt es ist also blitz angegriffen wird sonst haben wir probleme ich würde gerade mit kann ich noch abdaten das schon einmal geupdatet das ist schon einmal geupdatet habe ich schon etwa alles einmal geupdatet da oben heute noch nicht geupdatet und weiter geht's im kampf der gigant wie viele gegner jetzt 340 bis noch nicht ganz am ende verdammt ich will mal sehen was das ding hier oben macht sie kommen wieder aua zieht es mal rein kann mich nicht er macht 4000 schaden jetzt kommen die minja so mit jesus ist die keine jahre ist aber mir wenn der karte runtergefallen Tja, der Pech gehabt. Also schnell schießen tun die Teile nicht. Guck mal hier, da ist der Teil da. So, da lässt es schauen. Ja, da kannst du schauen, weil der dich mit Schaden macht. Ja, macht schon alles. So. Also Zeit liegt vor was rum, ne? Also ich brauch nichts. Brauchst du etwas? Brauchst du etwas? Brauchst du irgendwas? Okay. Sammle das auf, dann kann ich alles einbereit sammeln. Wie sollst du nicht die Maske machen? Wie sollst du ein paar MOM? Wie sollst du das machen? Wie sollst du das machen? Das ist ja groß. Das ist ja sehr. Wie sollst du das machen? oder liegt doch noch irgendwas für mich ich bin fast runtergequalt aber gut der verpasst in der tür er hat so vor der tür der sammeln mal alles auf alles geld danach werden wir glaube ich irgendwas neues kaufen könnte also ich habe jetzt schon über 40.000 so den hier oben konnte ich noch abdaten wir haben die gleiche abdäht der vierte 17.000 so da ich habe auch schon verkauft gehabt deswegen aber ich will so langsam wieder auf der das muss mehr schon wieder lassen ich war ja ein level hinter dir ich bin unbedingt ein level hinter dir nur noch dreiviertel level bei dir liegt da glaube ich noch irgendwo was es gibt es auch bei mir tatsache auch neue waffe und macht die schaden ja guck mal hier Eis fisch Eis so wenn du fertig bist würde ich mal sagen dass du fertig bist das war nicht mehr so viel schaden ist mein voll voll ja erst mal egal und ich auch da kommt das war nicht mehr so viel nr vater uga wo ist uga erschien ach du scheiß bei mir ist uga erschien ich habe der vertrag von mir probieren ja ist der obergegen etwas scheiße die karte noch 3000 er ist tot ja du auch da das war ja auch fast ich habe nur drei hp als die wurde eine heilstation kunden er hat man erfahrt war für die vorgabe ein heilt 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 ich schieße auch hier der gegend her aber egal geheilt Alter, bei dir, was da kommt. Ja, heftig, ne? Rein da! Nein! Ich bin mit so Spieße reingefallen. Hey, du stirbst aber heute ziemlich häufig. Das ist wunderschön. Aber wir haben gewonnen eigentlich. Aber jetzt kann ich nichts mehr schief gehen. Aber ich habe hier ein paar grüne Sachen rumliegen. Auch von mir? Ja, eine Sache. Ich hole die Marken, das habe ich noch auf. Ich habe Levelanstieg. Er wollte mich alle verarschen. Na, was ist jetzt hier los? Auch fast, überhaupt. Ne, ich rede jetzt nicht vom Level ab. Ich rede hier von diesem Teil. Benötigstufe, äh, Benötigstufe 60. Ja. Ich bin ja schon Level 60. Ich will das tragen. Na ja, gut. So, was haben wir das nächste hier auf? Benötigstufe, äh, Benötigstufe, äh, Benötigstufe, äh, Benötigstufe 45. Ja. Was ist hier los? So, jetzt glaube ich alle alles einsammeltieren. Ja, aber da... Ja, aber da... Ja, aber da... Ja, aber da... Also, ich habe auf jeden Fall jetzt 40.000. Dann geben wir mal hier... Ehe, ne? Und dann geben wir... Nächstes Level, ne? Ne, wo... Wo... Wo gehen wir hin? Wie war das nochmal? Scheiße, ne? Es geht, äh, zurück zum Gasthaus. Genau. Jo, wir gehen jetzt zum Gasthaus.